Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Filmfreunde. Der September steht vor der Tür und während uns Netflix im September nicht allzu viel im Serienbereich liefert, liefern sie dafür im Filmbereich so einiges ab. Und wenn ihr wissen wollt, welche Highlights im September bei Netflix im Filmbereich starten, bleibt es dran, denn die stelle ich euch jetzt vor. Und damit herzlich willkommen hier bei Filmflash. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Bums, denn hier gibt es immer die wichtigsten News, Tipps, Neustarts und Reviews aus der Filmwelt. Mein Name ist Ryan, los geht's. Jawohl, meine lieben Filmfreunde, wir legen los und zwar erstmal ganz sanft, denn am 1. September starten bei Netflix zwei Filme, die jetzt vielleicht nicht die ganz großen Filme sind, aber eventuell den einen oder anderen dennoch interessieren. Denn zum einen startet am 1. September Gemini Man, das ist der Film mit Will Smith, wo man eine ganz neue Technologie genutzt hat, um Will Smith jünger werden zu lassen. Denn im Film geht es darum, dass ein alternder Auftragskiller, gespielt von Will Smith, plötzlich von seinem jüngeren Klon gejagt wird. Die Technologie war damals was völlig Neues und deshalb existiert dieser Film überhaupt nur. Und auch wenn er inhaltlich jetzt nicht allzu viel bietet, kann man sich den ja mal ganz gut abends auf der Couch anschauen. Und genauso ist es mit Saint Seiya, Krieger des Zodiacs. Das ist ein Film von Sony, der hier in Deutschland bisher nur im Heimkino lief. Also den gab es auch, ich glaube, für einen Tag im Kino, aber das war's. Ja, der Titel könnt euch bekannt vorkommen, denn dazu gibt es bei Netflix bereits eine Serie, aber eine Animationsform. Und nun kommt eben auch noch ein Film dazu. Darin geht es um Seiya, der eigentlich nach seiner entführten Schwester sucht und sich mit Underground-Kämpfen über Wasser hält. Und eines Abends löst er plötzlich mystische Kräfte aus, die aus ihm herauskommen. Und das verändert sein komplettes Leben, was ihn zu einer neuen Aufgabe bringt, nämlich die Reinkarnation einer Göttin zu beschützen. Ich hab den Film bereits gesehen und ja, das ist definitiv nicht das Gelbe vom Ei. Das reiht sich so ein in so Verfilmungen wie Max Steel. Habt ihr den Live-Action-Film mal gesehen? Aber hey, ich hatte trotzdem meinen Spaß damit, vor allem weil Sean Bean mal wieder mit dabei ist. Und den schaue ich mir immer wieder gerne an. Ja, ähm, ab dem 1. September bei Netflix. Denkst du, du bist der Einzige hier? Am 6. September wird es dann ebenfalls actionreich und zwar mit dem neuen Netflix-Original Rebel Rich. Darin geht es um den ehemaligen Marinesoldaten, der in den Kaff kommt, um seinen Cousin freizukaufen. Also Kaution zu hinterlegen, um ihn dann mitnehmen zu können. Doch das geht schief und plötzlich findet sich der ehemalige Marinesoldat in einem Netz aus Korruption wieder und tritt gegen die komplette Kleinstadt an. Und am 8. September gibt es dann bei Netflix den Lizenztitel Elvis. Ja, der mit Awesome Atlas und Tom Hanks. Wo man uns eben ja recht schnell das Leben von Elvis durchrattert. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das jetzt endlich mal bei Netflix antun. Und nur einen Tag später, nämlich am 19. September, starten ebenfalls noch ein paar Lizenztitel. Nämlich zum einen Scream 6. Darin geht es ja wieder um die zwei Schwestern. Gespielt von Jenna Ortega und natürlich Melissa Barrera. Die aber aus ihrem Kaff weggezogen sind und mittlerweile in New York leben. Und eigentlich gedacht haben, sie wären nun Ghostface los. Doch dem ist so nicht. Scream 7 ab dem 9. September und am 9. September gibt es dann bei Netflix auch Fast & Furious Hobbs & Shaw, wo Dwayne Johnson und Jason Statham zusammenarbeiten müssen. Auch wenn sie keinen Bock haben. Immerhin haben sie Vanessa Kirby dabei, um Idris Elba aufzuhalten, der nicht nur hochintelligent ist, sondern auch noch, sagen wir, sich weiterentwickelt hat menschlich. Und ein Terrorist ist. Ja, und Terroristen müssen aufgehalten werden und dabei könnt ihr zuschauen in Hobbs & Shaw ab dem 9. September. Am 13. September wird es ugly bei Netflix und zwar im gleichnamigen Science Fiction Original Actioner, der uns mit in die Zukunft nimmt und uns Joey King in den Mittelpunkt stellt. Und zwar als eine, die anscheinend jetzt 16 wird. Ja, ich weiß nicht, wann Hollywood endlich damit aufhört, so uralte Menschen als 16-Jährige darzustellen. Aber hey, Chase Stokes ist auch noch mit dabei. Der aus Outer Banks, der schon in Outer Banks viel zu alt aussieht, um so jung zu sein. Egal. In dem neuen Film geht es wohl darum, dass in einer nahen Zukunft Menschen mit 16 sich einer Schönheits-OP unterziehen. Also so ganz nach Gruppenzwang, alle machen es, das gehört einfach dazu. Alle sollen schön aussehen. Das Ding ist nur, Joey Kings bester Freund ist vor ihr dran und der verändert sich dann komplett, woraufhin Joey King das komplette System hinterfragt. Und das im Trailer ziemlich, sagen wir, ein bisschen gruselig daraufhin wirkt. Ugly. Ab dem 13. September bei Netflix. Mit Officer Black Belt erwartet euch am selben Tag dann auch noch etwas Neues aus Südkorea. Nämlich ein Film über einen Kampfsport-Experten, der fortan mit einem Bewährungshelfer zusammenarbeitet, um die Straftäter, die mit Fußfessel unterwegs sind, zu überwachen und sie im Grunde davon abzuhalten, wieder Scheiße zu bauen. Und das führt dazu, dass der Kampfsport-Experte ziemlich oft anscheinend durch die Stadt rennen muss und die eine oder andere Action erlebt. Ja, der Trailer sieht recht rasant aus und hat mich ein bisschen an 60 Minuten erinnert, in der Tat. Bin gespannt, was das wird. Officer Black Belt ab dem 13. September bei Netflix. Mit drei Töchter erwartet euch am 20. September dann ein Netflix Original Drama über drei Schwestern, die zusammenziehen, um den gemeinsamen Vater zu pflegen, während sie gleichzeitig irgendwie versuchen, ihr Miteinander irgendwie zu verbessern. Wobei wir zuschauen dürfen. Ein Drama über Familiendynamik ab dem 20. September. Und am 20. September gibt es auch einen Lizenztitel bei Netflix neu, nämlich Gips zu Fletch. Ja, der Charakter Fletch ist zurück, diesmal in Form von Jon Hamm. Ein ehemaliger Reporter, der versucht, die Kunstsammlung seines Schwiegervaters in Spee in Boston zurückzubekommen und dann plötzlich als Hauptverdächtiger in einem Mordfall gilt. Und er versuchen muss, irgendwie aufzuzeigen, dass er es nicht war. Aber er ist als Tollpatsch einer, der immer wieder in irgendein Fettnäpfchen tritt. Und wir dürfen dabei zuschauen. Gips zu Fletch, die Krimi-Komödie ab dem 20. Am 26. September erwartet euch dann das romantische Drama Ein echter Gentleman über einen echten Gentleman, der anscheinend reich ist, gut aussieht, Charme hat und alles dafür tut, dass die Frau glücklich ist, dass sie sich geliebt fühlt. Egal, ob sie je vorhatte, auszusprechen, was sie eigentlich will, schaffte es, aus ihr herauszuziehen und sie glücklich zu machen. Allerdings hat er eine Frage dabei nie beachtet, nämlich was macht ihn eigentlich glücklich. Und dann gibt es anscheinend eine verhängnisvolle Begegnung, die immer mehr diese Frage aufkeimen lässt. 26. September, ein echter Gentleman. Am 27. September gibt es mit Razzball was für Basketballfans. Denn darin geht es um die Shuska Warriors, anscheinend eine Mannschaft, die um den Meisterschaftstitel in New Mexico kämpft, dann aber ihren Starspieler verliert und alles versucht, um irgendwie dann trotzdem noch den Meistertitel zu erlangen. Und am 29. September gibt es dann einmal DC League of Super Pets, den Animationsfilm, wo es darum geht, dass die Tiere von Superman, Batman und Co. ihre Härchen retten müssen, die allesamt von Lex Luthor ausgetrickst wurden. Und seitdem, ja sagen wir, unter feindlicher Kontrolle stehen. Und deren Tiere eben mit ihren Superkräften versuchen, ja irgendwie die Welt zu retten. Am selben Tag wird aber auch noch woanders die Welt gerettet und zwar in der Welt von Dungeons & Dragons. Denn am 29. September bringt uns Netflix auch den Paramount-Lizenztitel Ehre unter Dieben an den Start. Ein großartiger Film, wie ich finde, den immer noch viel zu wenige Leute anscheinend gesehen haben. Denn für jenen Film braucht man kein Vorwissen, man kann einfach eintauchen, wenn man Bock auf Fantasy hat. Dungeons & Dragons unter anderem mit Chris Pine erzählt uns von einer Diebesbande, deren neuster Coop schiefläuft. Woraufhin zwei davon im Gefängnis landen und zwei Jahre später es schaffen auszubrechen. Woraufhin sie feststellen müssen, dass Chris Pines Filmtochter bei einem ehemaligen Freund von denen untergekommen ist und der sie belogen hat. Sie versuchen sie fortan zu befreien und begeben sich damit auf eine Reise, die sich darum dreht, die Welt zu retten. Eine Söldnertruppe, die, sagen wir, ihre eigenen Probleme haben, versucht die Welt zu retten. Das macht unglaublich viel Spaß, kann ich euch sagen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, am 29. September dann bei Netflix. Und damit sind wir durch. Das sind die wichtigsten Filmhighlights bei Netflix. Man merkt so richtig, seitdem die wieder mehr Lizenztitel an den Start bringen, macht das auch alles wieder mehr Spaß. Und so kann man eben auch die großen Blockbuster endlich mal wieder zu Hause im Streaming genießen, wenn man denn nur Netflix im Angebot hat. Also wenn man kein anderes Abo hat, wie Paramount oder Prime Video, wo viele der Titel natürlich auch laufen. In diesem Sinne, Leute, viel Spaß beim Bingen, beim Schauen der Filme. Bis zum nächsten Mal.